Heyo Freunde was geht? Moinsen. Da sind wir wieder in Stumple Guys und wie ihr seht wir sind mit der Schlümpfe am Start. Ja genau mit Papa Schlumpf und mit Hefti. Genau und heute ist ein neuer Pass rausgekommen und wir spielen wie immer um den Pass und da haben wir gesagt oder wir machen Papa Schlumpf gegen Hefti und der Gewinner kriegt den Pass. Der Verlierer bezahlt. Und dann würde ich sagen gehen wir gleich mal rein. Let's go. Let's fix. Lassa hat sich erst der Map ausgesucht. Honeyjob mal wieder. Ja so wie immer. Und dann gucken wir mal. Cool die Schlümpfe sehen cool aus. Ey du ekliger. Egal ich hab einen Falcon mehr. Das war dumm. Nein oh mein Gott. Egal ich mach hier unten alles weg für dich. Ich könnte natürlich mal versuchen. Ich glaube ich lasse jetzt aber nicht erzählen was ich hier versuchen könnte. Nicht so. Ich muss hier nur mal sehen wo er gerade ist. Da hinten. Ich könnte natürlich mal versuchen jetzt hier einfach runter zu kommen. Nein. Oh nein. Oh ich bin auch nicht runter gefallen. Oh scheiße. Ich wollte dich eigentlich boxen. Wollt ihr. Nein du ekliger. So das könnten wir jetzt gleich nochmal probieren. Warte mal. Halt das nicht auch mit Dings machen. Wo ist er denn? Warte mal denn. Komm wir wollen ja nicht stundenlang hier rumlaufen. Ich mache heute mal ein bisschen Risiko hier. Ich muss ja nur wissen wo er genau steht. Am besten müsste ich gleich kurz bevor ich lande. Ich müsste eigentlich während ich lande ihn gleich erwischen. Geh er rennt weg. Hehehehe. Dauert ein Messer. So komm 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 komm. Yes. Ah geil. Du cheatest immer. Der hat das gesehen Leute. So los. Ey das hat niemand gesehen. So wird Honeydrop gespielt. Nein das hat niemand gesehen. Okay cool erste Runde. Und jetzt werde ich wieder versuchen Papa Schlumpf raus zu boxen. Der kann das gar nicht. Ja wie machst du das? Achso das ist das mit dir. Hehehehe. Das finde ich ja fast erwischt. Komm her Chris. Ja wie machst du das? Scheiße. Hehehehe. Okay noch ist easy. Okay. So hier muss man schön aufpassen. Oh mein Gott ich bin richtig hoch geflogen. Oh nein. Oh scheiße. Was ein Loser. Was ein Loser ey. Okay. Okay Leute Bot Bash. 1-1. Ja. Aber rot ist immer die Gewinnerfarbe. Ja. Oho. Eigentlich blau nur es gab kein blau. Ich mach erstmal gar nichts jetzt. Zehngerode ist zu zweitest. Aber. Nein. Oh oh oh. Du weißt es die schlechteste. Oh. Oh okay. Nein. Der Lavastrahl schießt schon. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich bin wieder so aufgebaut wie ein Mensch. Ja. Na das sieht ja auch aus wie ein Mensch. Ja. Aber nicht blau. Ich bin wieder so aufgebaut wie ein Mensch. Oh was. Banane geschmissen von dem falschen Knopf hier. Du Bananenferne. Soll ich dir mal was zeigen? Ich bin weg. Nein. Ich bin weg. Jetzt bist du unsichtbar. Okay. Das ist nicht gut. Ich bin da. Und wieder weg. Okay. Ich kann hier gar nicht richtig boxen. Bist du. Da hinten. Geh her. Nein. Nein. Das geht in die Hose. Na. Na. Los. Heftig. Oh. War das knapp. Nein. Ich dachte heftig stirbt. Ja. Eigentlich getroffen. Ja. Ja. Pass in meine Tasche. Das hier ist der Pass. Der kommt in meine Tasche. Okay. Lass er dir Pass in seine Tasche. Ja. Dann lass er einmal den Pass hier durchrattern. Durchplanern. Was sind das eigentlich für Tickets? Hat einer schon raus, was das mit den Tickets auf sich hat? Ich guck mal eben. Lasse Tickert mal eben schnell einmal durch da. Ja. Ich guck mal schnell wegen den Tickets. Achso. Da. Okay. Um bei Turniere teilzunehmen braucht man irgendwie... Achso. Es gibt gelbe und blaue Tickets. Okay. Okay. Da wird man bestimmt ein paar Tickets brauchen, um da mit zu zocken. Genau. In Pass sind jede Menge Tickets drinnen. Ja. Das ist cool. So. Ich bin auch gleich fertig. Dann werde ich mir erstmal alle anderen Belohnungen kaufen. Bis ich dann... Was gibt es eigentlich als Special Emote? Hab ich gar nicht geguckt. Aber der Special Skin sieht cool aus. Okay. Mit Donner? Irgendwas mit Donner? Gucken wir uns gleich an. Okay. Beast Lightning Special. Okay. Also Fußabdrücke. Ach Frösche. Okay. Okay. Doppel. Halloween Token. Okay. Halloween Tokens gibt es dann auch noch. Okay dann gibt es Splitter. Noch eine Animation. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Okay dann wieder jede Menge Tokens. Wieder Halloween Token. Halloween Token. Okay. Zombie Pop. Hopp. 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 Wieder bla 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 bla. Okay. Okay. Das ist komisch. Naja das... Das eine war wahrscheinlich eine Animation aus anderen in dem Mond. Ja genau. So wird es wahrscheinlich sein. Buuu. Ach so als Fußabdrücke waren das okay. Und da gibt es Tickets, Tickets, Tickets. Okay. Okay. So und jetzt? Okay gibt es einen Skin gleich mal. Einen legendären. Okay was das? Dicke Fliege. Mottenmann. Ach so hier eine Motte soll das sein. Keine Fliege. So da gibt es Splitter. Da braucht man 55. Okay das sieht ja eigentlich ganz cool aus. Ja eigentlich. Muss man bestimmt noch mal ein bisschen drehen. So der. Wie viel braucht der? Oh. Der sieht mega krass aus. Der sieht geil aus. Auf jeden Fall. Grak. Grak. Da wird man bestimmt auch noch mal ein bisschen drehen müssen. Da unten gibt es noch mal Splitter. Noch mal von dem. Wie viel braucht der denn? 800 braucht der. Okay. Da gibt es einen ganz normalen Dreh. Mal so einen ganz normalen Standarddreh. Ist auch mal wieder schön. Ohne Splitter. Ohne alles. Und man kriegt sofort den epischen Wüstenbeermann. So da gibt es wieder Splitter. 40 Stück. Okay. Ach okay man braucht auch 130. Alter aber der sieht richtig frisch aus. Ja. Der sieht aus wie dr. Auge. Ja. So der wie sieht der denn aus. Ach so ist der Sensen man. Ich habe das gar nicht richtig erkannt. Okay der ist cool. Uh. Oh das ist. Okay. Ach so der hat sich gleich mal ausgerüstet. Okay dann war das mit dem Pass. Alter der sieht aus. Der sieht richtig krass aus. Ja der andere war alles nur Splitter glaube ich ne. Ja stimmt. Splitter. Ja der da. Der sieht ein bisschen aus wie dr. Auge. Ja. Und so jetzt bin ich der Sensen man. Okay. Alles klar Leute. Dann würde ich sagen. Lass ein Like und ein Abo da. Aber wir haben auch noch Fußabdrücke bekommen. Ach so ja. Ein Like und ein Abo könnt ihr trotzdem da lassen. Wir gucken noch einmal die Fußabdrücke. Die passen mega gut dazu. Oh ja. Oh cool. So zack. Let's go. Okay Leute. Also nicht vergessen. Lass ein Like und ein Abo da falls das gefallen hat. Genau. Falls wir noch mehr Schlümpfe durch die Gegend hüpfen lassen sollen. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja haut rein Leute. Ciao. Ciao.